Das Blackspot Management, kurz BSM, ist ein reaktives Verkehrssicherheitsinstrument. Es dient zum Erkennen und Analisieren von Unfallschwerpunkten mit Hilfe der Verkehrsunfallstatistik. Ziel ist es, die Unfallschwerpunkte mit Massnahmen zu entschärfen und zu beheben. Seit dem Jahr 2000 wird jeder Verkehrsunfall in der Schweiz von der Polizei in einer schweizweiten Datenbank erfasst. Diese Datenbank bildet die Grundlage für das Blackspot Management. Mit Hilfe der Methode werden in der Verkehrsunfalldatenbank FUGIS die Unfallschwerpunkte festgelegt und die Verkehrsunfälle bewertet. Unfallschwerpunkte brauchen per Definition mehrere Überschneidungen zu erfüllen. Die Anhäufung von Unfällen, welche solche Überschneidungen haben, sind in einer Karte erfasst. In dieser Karte werden alle Informationen zusammengefasst, weshalb es sich jemals um einen Unfallschwerpunkt handelt. Die roten Dreiecke sind aktuelle Unfallschwerpunkte, welche einen Bericht erfordern. Die gelben Markierungen sind in der Nachkontrolle. Das heisst, es wurden bereits Massnahmen ergriffen und nun untersucht man, ob diese Massnahmen auch die gewünschte Wirkung zeigen. Bei Unfallschwerpunkten werden die polizeilichen erfassten Unfälle nach Gemeinsamkeiten untersucht. Denn gerade bei Unfallschwerpunkten ergeben sich wiederkehrende Abläufe. Bei der Unfallanalyse bezieht man die Unfälle der letzten 5 Jahre an diesem Blackspot in die Untersuchung mit ein. Gleichzeitig prüft man die Strassenanlage auf Sicherheitsdefizite, welche zu diesen Unfällen führen könnten. Zum Beispiel ein schlechter Strassenbelag, auf dem die Reifen keine Griffigkeit haben, sobald es regnet. Der Fahrer verliert allenfalls die Kontrolle über das Auto in der Kurve. Aufgrund solcher Erkenntnisse werden dann Massnahmen ausgearbeitet, wie die Unfälle in Zukunft verhindert werden können. Mit den gewonnenen Erkenntnissen erfasst die Polizei einen Bericht in der Form einer Kurzanalyse von Unfallschwerpunkten. Darin gibt es Unfallanalyse, ob und welche Gemeinsamkeiten sich in den Unfalltypen ergeben. Es werden Sicherheitsdefizite im Bestand der Strasse aufgezeigt. Es werden Vorschläge für Massnahmen erarbeitet, wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsanpassung oder bauliche Veränderungen vorgeschlagen. An einer Sitzung mit allen involvierten Stellen werden die Umsetzungen von den im Bericht vorgeschlagenen Massnahmen mit dem Strasseneigentümer besprochen. Drei Jahre nach dem Umsetzen dieser Massnahmen erfolgt die Wirksamkeitskontrolle. Hat sich die Unfallstelle entschärft, gilt das Projekt als sanierbar. Ergeben sich immer noch überdurchschnittlich viele Unfälle, werden weitere Massnahmen ergriffen. Dank dem Blackspot Management können wir Unfallschwerpunkte systematisch beheben, damit sich alle unfallfrei auf unseren Strassen fortbewegen können.